Herzlich Willkommen meine lieben Zuschauer, mein Name ist Evelyn Stürzner und ich begrüße Sie auf meinem Video-Channel. Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt, dass Sie irgendwo in einem Raum sind. Vielleicht haben Sie da ein komisches Gefühl gehabt. Vielleicht haben Sie auch schon mal Dinge erspürt. Wir alle wussten schon mal, wenn es klingelt, dass der und derjenige vielleicht anders. Also es gibt solche Dinge, die sehr mysteriös scheinen manchmal. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, einen Jenseitskontakt aufzuwenden. Das heißt, ein Verstorbener, der Körper stirbt, aber die Seele, die Seele bleibt. Und mit der Seele kann ein Medium, so wie ich eines bin, kommunizieren über Welten hinweg, über Zeiten hinweg. Denn es ist ganz egal, in welcher Zeit diese Seele oder dieser Mensch, wie sagt man, der Mensch gestorben ist. Die Seele lebt ja und mit dieser Seele kann ich als Medium kommunizieren. Das passiert ganz, ganz einfach, wenn ich jemanden hier sitzen habe, bei mir zu Hause und einfach einfach nur gefragt wird, wann ist diese wenige Person geboren und wann gestorben. Dann bekomme ich ganz eindeutige Erkennungszeichen. Das kann sein, zum Beispiel der Name, das Aussehen, Popis, Beruf. Je nachdem, was diese Person auch gerne gemacht hat, was für diese Person hat das Erkennungszeichen ist, damit dieser Angehörige, der bei mir halt sitzt, auch erkennt. Das ist zum Beispiel meine Mutti, meine Schwester, mein Bruder, mein Kind. Je nachdem, wer im Jünger gegangen ist. Und diese Erkennungszeichen sind einmalig. Und daran erkennt man dann wirklich, dass man mit dieser wenigen Seele kommuniziert. Also Sie bekommen hier keine wischiwaschi-Botschaften, ja, mir geht's gut oder ich wünsche dir alles Liebe, sondern Sie bekommen hier bei mir mit einem Jenseitskontakt eindeutige Erkennungszeichen. Das ist natürlich eine tolle Sache und man kann natürlich nicht immer garantieren, dass das klappt. Die meiste Zeit klappt es natürlich, ist klar. Aber falls es mal nicht klappen sollte, erhalten Sie natürlich Ihr Geld zurück. Das ist für mich selbstverständlich. Ja, mehreres können Sie auch gerne über meine Internetseite erfahren www.ebelin-sturzner.de. Dort können Sie mit mir in Kontakt treten oder mich auch anrufen, meine Telefonnummer und sind dort auch von mir. Wenn es sein soll, dann werden wir uns wiedersehen, entweder hier live bei mir, wenn Sie einen Jenseitskontakt wünschen oder aber wenn Sie von ganz weit herkommen, biete ich diese Jenseitskontakte auch telefonisch an. Das ist natürlich auch möglich. Für mich gibt es keine Urzbegrenzungen. Mir ist das komplett egal. Hauptsache Sie sind da und diese Seele will das auch und dann können wir einen Jenseitskontakt herstellen. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und ich freue mich, Sie vielleicht bald hier grüßen zu dürfen. Ihre Ebelin Sturzner. Die Ebelin Sturzner